Über mich sollte man wissen, ich bin ein Tiroler Türke. Ich komme aus Kufstein, meine Eltern sind aus der Türkei. Ich bin in Kufstein selbstständig als Rechtsanwalt tätig. Ich mache meinen Job nicht nur des Geldes wegen, sondern weil es mir Freude macht. Ich kann den Menschen bei meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt helfen, weil ich sowohl türkisch als auch perfekt Deutsch spreche. Nach wie vor gibt es sehr viele türkischstämmige Mitbürger, die schlecht oder gar kein Deutsch sprechen und da unterstütze ich sie so weit wie es geht. Ich fühle mich hier zuhause, weil ich hier meine Freunde und meine Familie habe. Ich bin Integrationsbotschafter, weil ich glaube, dass es eine wichtige und eine ehrenvolle Aufgabe ist. Bei einem Schulbesuch ist mir wichtig, die einzelnen Schüler anzusprechen und wenn ich auch nur einen erreichen kann, dann ist es eine tolle Sache. Ein besonderes Erlebnis bei einem Schulbesuch war für mich, dass einer der Schüler an mich herangetreten ist und mir mitgeteilt hat, dass er sich mit mir identifizieren kann und dass ich immer ein Vorbild sei. Das hat mich sehr stolz gemacht. In meiner Rede an die Nation würde ich sagen, Leidl vertragt euch. An meinem Leben in Österreich schätze ich am meisten, dass ich hier sagen kann, was ich denke, ohne dass ich Angst haben muss, dass dann was passiert. Mein Leben in Österreich zu schauen! Für die Verantwortung sagen wir beide. Soviel Freizeitern! An dem Mal! An dem Mal! An dem Mal!